EUTE Halt! Hab da was gesehen... Hmmm... warum könnte denn da nur was sein... Weil ja hier schon das Ziel ist... Deswegen? Ich wundere mich. So, jetzt hab ich die mal weggerollt. Alter, das... das ist schon... echt ein starkes Stück. Das hab ich schon. Wo könnte denn noch eins sein für verdammt nochmal? Boah, das wär cool, wenn ich das wüsste. Hm... Wo könnte denn noch eins sein? Alter, das ist schon... boah. Nicht so easy, auf jeden Fall. Bin mir sicher bei den... ...Bienen, irgendwie. Ja... ...und dann ist auch Schluss für heute. Ja... Wie gesagt, eine Stunde dreißig heute. Länger werde ich heute auch nicht machen. ...und dann... ...wahrne nicht so viel Zeit. Hm... ...das... ...ding... ...Nee, stopp, dahinter noch nicht. Die Entwickler sind ja so dreist und verstecken die Sachen echt mies. Ja, genau da. Ob ich denn so weit runterfalle, weiß ich nicht. Ich habe eigenartige Reflexe, könnte man meinen. Man kann meinen... Na ja, man kann doch nicht das damit ausmachen, wenn ich ein Video mache, dass man einen damit ausmacht, wie man tickt. Äh, das ist ja wohl... Ja, ein bisschen fragwürdig. Meiner nur. Entschuldigung, wie kann man an sowas bitte das an der Hand festhalten? Nee. Sorry, nee. Warum ist hier eigentlich was? Aha. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Man, aber es ist mir höchst interessant, warum man hier hängen kann. Warum kann die da nicht rauf? Hallo? Jetzt finde ich das ein bisschen spannend. Die kommt da nicht rüber. Hallo? Was ist denn das für ein Dreck? Ne, die kommt da nicht rauf. Warum? Das ist doch vollkommen behindert. Wer denkt sich das denn aus? Was ist denn das? Hä, wo ist denn das? Komisch. Mann, ey, ich hab doch echt keine Ahnung wo. Alter, das... Das macht mich gerade wütend. Keine Ahnung warum. Ich find's nicht. Ey, Mann, oh Mann. Leute, das Spiel macht mich fertig. Es liebt mich viel zu sehr, dass ich halt, ähm, das nicht finde. Das ist einfach ein Anfang ohne Ende. Hatte ich das andere schon früher gehabt? Ich glaub, das hatte ich vorhin noch gar nicht, oder? Musst du mal nachgucken. Irgendwas ist hier überhaupt nicht richtig. Nee, also, da muss ich nur mal gucken. Jo, dann war's auch zu mir. Ach, wie ich das hasse. Ich weiß, das ist nämlich, wo. Ich weiß, das habe ich absolut übersehen. Aber warum? Ich meine, da muss ich schon irgendwo blind sein. Ach ja, du dummer Affe. Du kannst echt nix. Du kannst echt nix. Ich glaub, das eine hatte ich nämlich noch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, auf wo. Lalalala, ich sag mir nix dazu. Boah, das nervt ja richtig ab. Äh, warte, lass mich überlegen. Wie komm ich da ran? Eins weiß ich noch. Aber da kommt man ganz schnell. Da kommt man nur mit vollem Schwung dahin. Das war das hier. Das habe ich. Da war aber noch so eine Stelle. Ich guck auch noch mal die nach. Ich bin mir da absolut sicher, da war und mich noch mal so eine Stelle. Ich muss mir da surface nehmen. So. 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 Da bin ich mir 100%ig sicher. Da bin ich mir 100%ig sicher. Ich bin 100%ig sicher. Ich bin 100%ig sicher. Ich bin 100%ig sicher. Hm, wo kann das sein? Verdammt! Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht finde. Irgendwo so, das ist doch langsam echt verhext. Ich krieg's nie hin. Ohne Scheiße. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin einfach zu dumm. Wo könnte es denn mit sein, ey? Hm. Wo könnte es verdammt nochmal sein? Das nervt richtig ab. Das ist echt ne mega Kackstille! Weil ich wüsste sonst nicht wo es sein könnte, ey, das riecht richtig hart auf! Ne, mich nervt es echt abartig gerade, wo das sein könnte! Ich suche jetzt überall, bis ich es gefunden habe! Ne! Das ist doch vollkommen behindert! Ich habe sonst einfach keine andere Erklärung dafür und deswegen... ...und es echt so dumm versteckt ist, ey, dann... ...wauw! Dann krieg ich echt nen Hals! ... 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